Ich bin Alexandra Putzschögl. Die Seniorenresidenz im Heimatwinkel ist eine Einrichtung für ältere Menschen, die pflegebedürftig sind. Da die Einrichtung sehr zentral gelegen ist, haben wir viele Kontakte zu Kindergärten und Schulen, die uns gerne besuchen und den älteren Menschen hier große Freude bereiten. Was ist das drin? Die Nase. Wir veranstalten regelmäßige Treffen hier in der Seniorenresidenz, damit Jung und Alt sich hier begegnen kann. Für uns ist einfach wichtig, dass die Kinder die Möglichkeit bekommen, sich hier mit den älteren Leuten auch auszutauschen, dass sie auch vom Kita-Alltag erzählen können und dass da einfach eine Begegnung geschaffen wird. Ich glaube einfach, dass es eine gelungene Abwechslung auch zum Alltag hier ist, wenn mal ein bisschen Stimmung und Freude mit hier reinkommt und das Kinderlachen. Ich glaube, da freuen sich die Senioren einfach sehr drüber. Und jetzt kommen die Gewinnzahlen. Luxuriös relaxen und La Dolce Vita genießen im Fünf-Sterne-Resort Preidelhof. Eine Wellnesswoche für zwei im sonnenverwöhnten Südtirol gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 7164498. Einen VW Golf Sportsvan Trendline gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 3462292. Entdecken Sie die neue Indoor-Wasserwelt vor den Toren von Deutschlands größtem Freizeitpark. Ein Wochenende in beiden Parks, voll Wasserspaß und unvergesslichen Abenteuern für die ganze Familie gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 5606314. Einen VW Polo Trendline gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 1686607. Und 100.000 Euro gewinnt das Los mit den Endziffern 9622987. Und kurz vor der Tagesschau geht es weiter.